Oh, was ist das denn? Ich habe gerade noch mein Paket gekriegt mit meiner, äh, Massage-Waffe. Lass mal auspacken. Lass mal gucken. Okay. Sieht schon mal fancy aus. Was ist denn hier alles so schönes drin? Oh, Alter. Das ist zum Laden. Was haben wir hier noch so schönes drin? Okay, hier sind die ganzen Aufsätze. Okay. Oh, was ist das denn? Mange! Mach mal richtig Druck jetzt hier. Alter, Junge! Oh, was ist das denn? Oh! 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 Alter, das Feeling. Oh, lass mal Wade machen. Oh! 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 Oh, ist das gut! Oh! 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 Oh, wisst ihr, wie schön das ist? Nach so einem richtigen Jahr durch... Oh! 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 Ich kann das der eine oder andere gerade nicht nachvollziehen. Alter. Oh, ich schwitz davon, weil es so gut ist. Okay, ich war da ein anderes Bein. Oh, ist das gut. Oh. Alter, die... Oh, die Wanden. Oh, das war definitiv worth, das Geld. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe es eigentlich für was anderes gekauft, aber... Sass. Alter, wenn du das erste Mal an die Waden gehst und die komplett steif ist, ey. Das kitzelt vor allen Dingen auch so ein bisschen. Das ist eine Mebug 3. Die hat mich 100 Euro gekostet. Oh, das ist wirklich ein absoluter No-Brainer. Oh, ist das gut. Alter, ich glaube, ich werde heute den ganzen Abend... Oh, ich habe Beine wie Pudding, ey. Oh, Brudi. Worth. Absolut worth. Oh, okay. Jetzt mache ich das mal, wofür ich sie eigentlich geholt habe. Alter, nicht mein... Oh, mein Gott. Oh, dein... Oh. Oh, ist nicht dein Ernst. Oh, Gott. Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das ist. Oh, Gott. Oh, ja. Okay, wir müssen kurz mein Arm ausprobieren. Oh, Gott. Alter, ich habe anderthalb Jahre, sieben Tage die Woche Sport gemacht, ne? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das gerade ist. Oh, Gott. Okay, also, wenn ihr keine habt und ihr seid echt wirklich super stramm steif, Alter, holt euch so ein Ding. Ich habe das Gefühl, mein Nacken ist seit gefühlt einem halben Jahr das erste Mal entspannen. Ey, man könnte wirklich denken, wir nehmen gerade Porno auf. Oh, Junge. Unterarme. Oh, das hier unten ist ja mal mega geil. Ach, chat, es tut mir leid, dass ich so viel rumstöne, aber es ist halt so geil. Oh. Hat er Fußsohle? Okay, Fußsohle ist 20 von 10. Oh, Alter. Oh, fucking Fußsohle ist es. Oh, Fußsohle ist ja richtig geil. Oh, das ist so eine Mischung aus Kitzeln und Fußfetisch, glaube ich gerade. Das Gute ist auch, da geht der ganze Dreck unter den Fußnägeln raus. Oh, wieso habe ich nicht früher so ein Ding gehabt? Da wäre das Leben ja viel schöner geworden. Alter, Füße, wirklich, chat, wenn ihr so ein Ding kauft oder so ein Ding habt, macht mal Füße. Mach mich so geil auf das Ding. Ey, ist das ohne Scheiß jetzt? Also, ich teste das jetzt mal eine Woche aus und benutze das wirklich mal, aber mein Nacken fühlt sich das wirklich ohne Scheiß das allererste Mal nicht so an, als wenn da alles steif ist. Oh, Brudi. Oh, Hände ist auch geil. Oh, Handballen. Zum Empfehlen. Ey, gib mir mal, gib mir mal einen Tag Zeit, dass ich weiß, was dabei rauskommt. Also, so wirklich vom Körpergefühl her. Also, ich habe wirklich das allererste Mal sehr entspannte Schultern. Ich habe ganz, also ich habe wirklich absolut entspannte Schultern. Das erste Mal seit Monaten. Alter, du merkst richtig, wie verspannt die Scheiße ist. Oh, und wie sich das so ein bisschen löst. Oh, auf dem Nippel ist aber ganz andere Erfahrung hier. Entschuldigung, Chad, keine Nippelspiele im Stream, bitte.